Der sogenannte Brain Fog, Nebel im Gehirn, Konzentrationsschwierigkeiten, Gedächtnisschwierigkeiten, depressive Verstimmungen, mehr Gereiztheit, all das sind Veränderungen der Psyche im Laufe der Wechseljahre. Und warum diese passieren und wie du dagegen vielleicht auch vorgehen kannst, das erzähle ich dir in diesem Video. Mein Name ist Dr. Med. Konstantin Wagner, ich bin Gynäkologe und mit diesem Kanal möchte ich nichts anderes tun, als dir zu helfen, dir selbst besser helfen zu können. Und das mache ich, indem ich dir mein Fachwissen hier einfach präsentiere, umsonst gratis. Was du tun könntest, für ein kleines Dankeschön wäre ein Abo-Klick hier unten, da würde ich mich schon sehr freuen. Ja, die Wechseljahre, das wird sich rumgesprochen haben, da ist irgendwas mit den Hormonen und so langfristig gehen die in den Keller. Und das hat auch Auswirkungen aufs Gehirn und das wird oft unterschätzt. Hitzewallung, Schlafstörungen, das kennt man vielleicht und auch trockene Schleimhäute, auch vaginale Trockenheit, das kennt man vielleicht auch unter dem Begriff Wechseljahre. Aber diesen Brain Fog oder auch die Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen bis hin zu depressiven Verstimmungen, das haben die wenigsten damit auf dem Schirm, dabei gibt es dafür ganz kausale Ursachen. Und diese kausale Ursache finden wir in den Hormonen und auch besser in den Rezeptoren, also den Andockstellen für die Hormone. Die gibt es nämlich zuhauf im Gehirn. Und da hat Östrogen, das weibliche Geschlechtshormon, schlechthin, aber auch Progesteron Rieseneinfluss. Und das liste ich euch hier gern mal auf, vor allem neuroprotektive Wirkungen. Das bedeutet, es schützt die Zellen, die Gehirn- und Sinneszellen vor oxidativem Stress. Aber wir haben auch einen Einfluss, vor allen Dingen, was das Östrogen zum Beispiel angeht, auf das Dopaminerge- und Serotonin-System, also das System, was uns glücklich sein lässt. Aber auch die sexuelle Funktion, die Libido, hat ihre Ursache im Gehirn und vor allen Dingen im Östrogenrezeptor. Da gibt es zwei Stück, Östrogen-, Alpha- und Beta-Rezeptor, mit einer ein bisschen anderen Verteilung und ein bisschen anderen Wirkungen. Die Neuroprotektion und auch die Stimmung macht Progesteron entsprechend auch und es hilft vor allen Dingen bei Lernprozessen, weshalb man auch mit dem Progesteronmangel anfängt, Dinge zu vergessen und sich nicht mehr gut konzentrieren zu können. Viele Mit-40er merken das auch an der Arbeit, dass man komische, dusselige Fehler macht, die man früher nicht gemacht hat. Ja, das liegt daran, dass das Progesteron zuerst abschmiert im Verlauf der Wechseljahre. Und das passiert halt einfach mit den 40ern. Spätestens mit 45 wird Progesteron langsam abfallen. Was sagt denn eigentlich die Studienlage? Die bestätigt das. Frauen in dem Klimakterium, also in den Wechseljahren, haben ein bis zu zweieinhalbfach erhöhtes Risiko für depressive Verstimmungen. Und man weiß auch bei Frauen, die früh auch Schweißausbrüche und Hitzewallung hatten, dass die auch ein erhöhtes Risiko für depressive Verstimmungen haben. Auf der anderen Seite hat man gesehen, dass Frauen, die spät in die Wechseljahre erst kommen, ein geringeres Risiko haben für solche depressiven Verstimmungen. Was immer wieder ein Riesenthema ist, ist die Demenz. Hat das auch was mit den Hormonen zu tun? Wird das Demenzrisiko gesteigert? Studien sagen, ja, das sieht durchaus so aus. Andere Studien sagen, nee, wahrscheinlich doch nicht. Bleibt abzuwarten, aber denkbar ist es natürlich, weil wir wissen, dass die Östrogen- und die Progesteron-Rezeptoren im Gehirn viele, viele Funktionen haben. Aber da muss die Forschung sich noch einig werden, wie so oft. Warum gibt es diese Symptome erst? Und warum geht das schon so früh los? Ich habe doch noch meine Periode. Warum habe ich jetzt schon diese Gereiztheit und vielleicht auch Angstzustände und Konzentrationsschwierigkeiten? Das kann ich dir erklären. Und dazu blende ich dir wie immer meine Lieblingsgrafik, was die Hormone angeht, in den Wechseljahren. Und was man immer sieht, was zuerst wirklich abfällt, ist das Progesteron. Und dadurch kommen erstens Gereiztheitszustände. Und dann hat man in dem Alter mit den Mit-40ern vielleicht sogar auch noch pubertierende Kinder zu Hause. Ein Pulverfass an Emotionen. Aber es kommen auch Schlafstörungen dazu. Du schläfst zwar gut ein, aber schläfst nicht mehr so gut durch. Und das zehrt natürlich auch an den Nerven und an der Psyche. Und irgendwann in den 50ern kommt so langsam das Östrogen ins Wanken und schmiert eben auch ab. Und das hat eben auch die negativen Konsequenzen. Wir haben gehört, was für positive Funktionen Östrogen und Progesteron haben. Und wenn diese jetzt wegfallen, dann kannst du dir in einer Hand ausrechnen, was für negative Folgen das auch haben kann, wenn die Hormone langsam, aber sicher sinken. Und dazu kommen natürlich noch sehr viele Aspekte. Nehmen wir auch mal die emotionale Komponente. Viele Frauen leiden darunter, dass sie jetzt nicht mehr fruchtbar sind, dass sie jetzt keine Funktion mehr, in Anführungszeichen, haben im Leben, was die Produktion von Nachkommen angeht. Viele Frauen fühlen sich durch die Veränderung auch vom Gewicht her unattraktiver und fühlen sich im Job nicht mehr so ganz angekommen, weil die Konzentrationsstörungen machen, einen zu schaffen. Man ist nicht mehr so engagiert etc. pp. Soll also nicht heißen, dass psychische Veränderungen nur hormonell bedingt sind, sondern es ist meistens ein multifaktorielles Geschehen. Also viele Faktoren kommen hier dazu, dass es zu psychischen Veränderungen kommt. Und deswegen gilt auch, nicht einfach auf die Hormone stürzen und sagen, okay, das wird es sein, sondern eben auch Expertinnen und Experten auf diesem Bereich aufsuchen, wenn es in Richtung Depression geht. Aber trotzdem darf man eben umkehrschluss auch die Hormone nicht vergessen. Wenn man sagt, ja, sie haben jetzt viel Stress an der Arbeit, die Kinder sind jetzt 15, 16 Jahre alt, das ist alles stressig, deswegen sind sie jetzt ein bisschen depressiv, darf man nicht vergessen, es könnte auch hormonell sein. Und vor allen Dingen Östrogen muss man auch im Auge behalten, was das auf das Serotoninergesystem für Auswirkungen hat. Unser Stimmungsaufheller, unser Glückshormon, Serotonin, Dopamin, gehen langsam aber sicher auch in den Keller, weil Östrogen fehlt. Und das zu kompensieren mit Sport, Freizeitaktivitäten etc. ist manchmal gar nicht so leicht. So, jetzt wollt ihr wissen, was dagegen hilft. Stimmt's? Das kann ich verstehen und ich werde es kurz anreißen. Ja, nur anreißen, denn das Thema ist hochkomplex und gehört natürlich langfristig und gut besprochen. Das Ganze tue ich, Achtung, Werbung in eigener Sache, in meinem Wechseljahre-Kurs, wo wir in vielen Stunden von A bis Z alles besprechen. Auch über Nebenwirkungen der Hormonersatztherapie, auch über Krebsrisiken, wie man es richtig anwendet, was für pflanzliche Methoden es gibt, was studienbasiert ist etc. Wir gehen die ganze Palette an Wechseljahren durch. Alles, was ich weiß, weißt du dann auch. Mit unserem Online-Wechseljahre-Kurs darfst du dir einfach online angucken, immer wieder zurückspulen, vorspulen, wie du willst. Ist eine tolle Sache und ist auch quasi zertifiziert für Kolleginnen und Kollegen als Fortbildung. Um es ein bisschen anzureißen, Ernährung spielt einen riesen, riesen, riesen Faktor. Gerade auch, wenn man in so einer Östrogen-Dominanz steckt, weil Progesteron am Anfang absackt, Östrogen aber relativ stabil bleibt, müssen wir gucken, dass die Rezeptoren für das Östrogen vielleicht schon besetzt werden, damit das überschießende Östrogen da nicht drankommt. Und das geht zum Beispiel auch mit Nahrungsergänzung im Sinne von pflanzlichen Hormonen. Ja, Phytohormonen haben wir hier auf dem Kanal auch schon drüber gesprochen. Kannst du gerne mal reinhören und reinschauen. Aber klar, sollte man sich abwechslungsreich und gesund ernähren, weil viele Vitamine jetzt wichtig sind. Allen voran B-Vitamine sind enorm wichtig. Zink, Magnesium für die Birne auch ganz, ganz wichtig. Und was man nicht vergessen darf, es wird langsam wieder dunkler draußen. Vitamin-D-Spiegel sollte wirklich auch im Auge behalten werden und auch gecheckt werden, ob ich da substituieren muss, ja oder nein. In Deutschland müssen die meisten ran an die Tropfen oder an die Tabletten. Wir haben schon gehört, wir müssten irgendwie den Serotonin- und Dopaminspiegel wieder erhöhen. Wie geht das denn noch? Vielleicht hast du es mal erlebt. Nach dem Sport, wenn du irgendwo eine tolle Freizeitaktivität begonnen hast, gehst du auf einmal in Tanzkurse, gehst ins Theater, machst irgendwelche neuen Dinge, bist viel draußen an der frischen Luft, Sonnenlicht. Also es gibt viele Möglichkeiten, seinen Serotonin-Spiegel ein bisschen zu pushen. Und das geht natürlich auch viel durch die Dinge, die wir tun und nicht nur zu Hause im Kämmerchen sitzen und mitleidig über sich selbst reden, wie schlecht es einem geht, sondern aktiv werden, jetzt die Zeit auch nutzen, um vielleicht neue Hobbys anzugehen, um da ein bisschen gegenzusteuern. Ist nicht immer leicht, gerade wenn man in einer Depression steckt, sich da zu engagieren und zu motivieren. Aber es ist auf jeden Fall so ein kleiner, nicht-medikamentöser Gimmick, den man natürlich anwenden kann. Schlaf, Riesenthema, haben wir auch schon darüber gesprochen hier in aller Ausführlichkeit mit Schlafmangel, Wechseljahre, was es damit auf sich hat, warum das überhaupt so ist, erzähle ich dir in dem Video ganz ausführlich und was man auch dagegen tun kann, relativ easy. Du wirst dir aber auch schon gedacht haben, natürlich gibt es eine ganze Palette an pflanzlichen Dingen. Wenn wir über den Schlaf sprechen, müssen wir Baldrian und Hopfen mit ins Boot holen. Wenn wir über depressive Verstimmungen sprechen, müssen wir über Johanniskraut sprechen, was nachgewiesenerweise guten Effekt hat, aber auch viele Wechselwirkungen hat. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber hier gibt es auch pflanzlich einfach schon eine ganze Palette, die man tun kann. So, wenn wir schon dann langsam in Richtung Tablettenform gehen, müssen wir natürlich auch über Medikamente sprechen. Und es macht Sinn, und das ist auch Thema des Wechseljahreskurses, warum gebe ich dem Körper eigentlich nicht die körpereigenen Hormone in der richtigen Dosierung zurück, wenn sie ihm doch jetzt fehlen. Die sogenannte bioidentische Hormonersatztherapie ist sicherlich ein Faktor, der großen, großen Einfluss haben kann auf Stimmung und vor allen Dingen auch auf Schlaf. Reden wir in dem Kurs so viel drüber und habe ich hier auch auf dem Kanal schon hoch und runter posaunt. Deswegen halte ich das kurz. Na klar, wenn man in einer Depression ist und mit Verhaltenstherapie und auch mit Gesprächstherapie nicht weiterkommt, gibt es hier auch die Antidepressiva, die ihr vielleicht auch alle schon mal gehört habt. Allen voran diese Serotonin-Wiederaufnahmehämmer. Das ist genau der Grund. Man möchte Serotonin irgendwie hochhalten und nicht, dass es schnell abgebaut wird. Und das ist genau der Effekt, den wir die ganze Zeit haben möchten. Und das geht natürlich auch medikamentös. So, und das ist ganz, ganz wichtig jetzt. Nicht auf eigene Faust jetzt irgendwie rumtherapieren und gucken und machen, weil die Freundin nimmt das schon und dann probiere ich es einfach auch mal aus. Also eine Hormonersetztherapie zum Beispiel gehört wirklich in fachkundige Hände. Das muss gut tetriert sein, weil du änderst dich auch. Dein Körper ändert sich und dein Hormonstatus ändert sich vor allen Dingen auch noch so in den 40er, 50er Jahren. Mit 60 aufwärts wird es dann langsam wirklich eine Nulllinie, sage ich mal. Aber am Anfang ist das noch sehr schwankend und da muss man sehr oft nachtetrieren und darf dann nicht auf eigene Faust einfach so eine Standarddosis nehmen. Klar, es gehören neben den Hormonen die anderen Dinge ausgeschlossen. Differenzialdiagnosen, gerade auch wenn Frau sonst keine Wechseljahresprobleme hat, keine Schlafstörung, keine Hitzewallung, nichts, was so irgendwie passen würde. Trotzdem eine starke Depression vorhanden ist, muss man natürlich auch anderweitig gucken. Ich habe es angesprochen, da gehören natürlich dann auch die Expertinnen und Experten auf dem Gebiet ran. So, Wechseljahr, Riesenthema. Darfst du gerne diese zwei Videos hier auch anschauen. Thematisch passt das hervorragend. Ich freue mich natürlich, wenn du den Wechseljahreskurs kaufst und wenn du mir ein Abo dalässt. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Viel Spaß, bis dann und tschüss.